Dann, falls euch eure Verwandten fragen, sag mal, wie ist das denn mit dem 5G und fallen uns davon die Hoden ab und wie ist das mit den Kühen, dann könnt ihr den Leuten jetzt ein Video geben, einen Link zu einem Video geben, das ist 26 Minuten lang und das erklärt mal, also Herr Lohninger, das erklärt mal in einem kurzen Überblick, wo wir da gerade stehen. Habt ihr es angeschaut? Nein. Nein. Es ist zum einen dieses, machen uns die Strahlen jetzt alle doof im Kopf, diese Frage wird aufgegriffen, weil das gerne gefragt wird, so Spoiler, nein, ihr seid schon alle irgendwie ein bisschen, aber sonst, zumindest Leute, die Probleme haben, das versteht ihr mit den Kühen und den Hoden. Also die Kühe fallen nicht vom 5G um und sonst wahrscheinlich auch nichts, aber was da so politisch dahinter steckt, ist ein bisschen problematisch und die Netzneutralität, die dadurch ein bisschen angegriffen werden könnte, weil ja die Verletzung der Netzneutralität schon im Protokoll diesmal integriert ist. Das muss man diesmal nicht obendrauf irgendwo auf TCP nochmal neu bauen, die Netzneutralität zu verletzen und Quality of Service zu machen, sondern es ist diesmal schon im untersten Funklevel mit drin. Und das ist möglicherweise problematisch. Ich hab, jemand hat dann am Ende der Veranstaltung eine dumme Frage gestellt, aber wie könnte denn StreamOn 5G aussehen, hab ich gefragt. Ja, ähm, und hat er auch keine gute Antwort gehabt, aber ich bin sicher, die Telekom denkt sich da noch was Tolles aus, wie viel besser StreamOn 5G sein könnte als normales StreamOn. Ja, ähm, und, ähm, ich bin sicher, die, die Modelle, die sich dort ausgedacht werden, nutzen am Ende nicht dem User, sondern nur dem Telco. Und das ist halt problematisch, denn das Problem mit den, mit den Frequenzauktionen, wie das, äh, Geld verteilt wird, ist, äh, wird dort auch angesprochen. Also wenn ihr mal einen 26-Minuten-Überblick wollt, wie das mit dem 5G aussieht und wieso das auch noch locker fünf Jahre dauert, bis da irgendwas passiert, ähm, dann könnt ihr euch das so gut anschauen. Also es geht nicht nur um die, um die, ähm, ähm, problematischen, ähm, rechtlichen Geschichten, sondern auch um die Technik, ähm, von dem 5G. Es geht auch darum, auf welchen Frequenzen das läuft, wie das problematisch ist für, ähm, für den Rollout und so weiter. Die, 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 die Wettervorhersage, also die, die, äh, Wetter-Satelliten werden tatsächlich von 5G gestört, die Kühe nicht, aber die Wetter-Satelliten möglicherweise, in den USA zumindest. Und, ähm, wieso ist das, also wieso brauchen wir so viele Basisstationen, weil die Wellenlänge, weil die Wellenlänge viel kleiner ist, weil die Frequenzen viel höher sind. Also haben wir halt, ähm, brauchen wir als Grundlage, damit wir 5G bauen können, sowieso erstmal ein feinmaschiges Glasfasernetz, was wir nicht haben. Und wenn du dir die Roadmaps anschaust von den Firmen, die die Chips bauen, dann sagen die auch, wir brauchen, ähm, da gibt's so Kurven, wie langsam das GSM abnimmt und wie langsam das 3G, 4G eben jetzt hochgeht und dann wieder runtergeht und von 5G abgelöst wird. Und die Projektion von denen, die die Chips bauen und das Netzwerk bauen, ist halt, dass das erst 20, weiß nicht, 23, 25 so richtig losgeht mit 20 Prozent Verbreitung weltweit. Also das dauert auch noch eine ganze Weile. Das kann natürlich in der Industrienation potenziell früher passieren, aber hey, wir sind Deutschland, so schnell kann das hier auch nicht passieren. Also was ich, also, äh, ich hab irgendeinem Beitrag, einen Podcast drüber gehört, wie das in Amerika bei AT&T läuft, ähm, da war irgendwie AT&T-Chefe, ähm, in einem Podcast-Interview und, äh, er meint halt irgendwie, dass, also in Amerika, Nordamerika ist es so, dass, dass in einzelnen Städten, beziehungsweise in einzelnen, ähm, äh, sowas wie Fußballstadien, Football-Stadiums irgendwie ausgerollt wird zu Anfang. Also du wirst irgendwie so zu Anfang vielleicht 14, ähm, 14 Sport, äh, Orte haben, wo dann halt 5G zum Einsatz kommt. Also nicht mal irgendwie citywide, sondern wirklich nur auf so eine Sportarena begrenzt, wo du halt dann irgendwie mit 5G, ähm, äh, starten kannst, wenn das, wenn das in Amerika losgeht. Ähm, das, das ist, das ist wild. Das heißt halt auch, dass du dort, dass du dort die Überlastprobleme, die du vielleicht mit den älteren Funkstandards hast, dort lösen kannst, wenn eine große Menge Leute auf einem, auf einem Punkt sitzen, da kannst du auch das Glas hinlegen, da um die Zellen zu versorgen. Da hast du nicht so viele teure Zellen, aber dann brauchst du trotzdem erst mal die Geräte bei den Usern, damit das auch irgendwas bringt. Und wann, Frage dazu ist dann, wann baut eine Bude wie Apple halt 5G in das iPhone ein, wenn der 5G-Chip den Qualcomm im Moment liefern kann, halt noch nicht so geile, gleiche Diskussion mit, mit, äh, LTE und 3G beim iPhone. Das kam eher ein, zwei Jahre zu spät als zu früh. Ja, aber ich, also ich, ich, ich habe ja die Sendung gehört, in der ihr über Qualcomm und, äh, und die Einigung, ich glaube, das war schon die Einigung in dem Patentstreit oder kurz davor diskutiert habt, und ihr wart ja sehr, äh, habt diese, dieses 5G-iPhone sehr weit nach hinten geschoben. Ähm, und ich, äh, ich muss sagen, also ich, ich fall um, wenn es kein, 2020 kein 5G-iPhone gibt. Das ist, äh, aus, aus, aus einem ganz simplen Grund, dass es in, in den USA ist, einfach so dermaßen ja jetzt schon angefangen wird in den Markt. Einfach, einfach vom Marketing her in den Markt zu breschen. Und zwar von allen Seiten, also sprich von, von den Netzbetreibern natürlich. Und, na, Qualcomm ist natürlich hochgradig daran interessiert, das, das weit, weit ist möglich zu vermarkten. Und da ja auch, so, und die, die ersten Teststädte da schon am Laufen sind. Und ich, ich meine, AT&T sowieso sein 5G-i ja schon eingeführt hat, auch ohne 5G. Ähm, also da, da lehnt man sich auf jeden Fall sehr weit aus dem Fenster. Ich weiß natürlich auch nicht, wann wir in Deutschland, wann wir wirklich ein sinnvolles, äh, irgendwo 5G-Netz sehen werden. Ich weiß nicht, was da jetzt im Moment so der letzte Stand ist und, und wie sinnvoll das ist, 2020 ein 5G-iPhone zum Beispiel in Deutschland dann auf den Markt zu bringen, ist mir auch noch unklar. Das werden wir aber vielleicht auch noch sehen im nächsten Jahr. Und, äh, aber für, für die USA ist es einfach, und das ist mit der Grund, warum Apple jetzt diese, diesen Milliarden, in diesen Milliarden Dingen reingebissen hat. Aus, aus, äh, schierem, äh, nicht schierer Verzweiflung, aber weil halt offensichtlich keine andere Wahl mehr war. Und das ist einfach, wenn, wenn sie nicht diesen Zeitdruck gab, dann hätten sie sich nicht, hätten sie jetzt nicht, äh, auf Biegen und Brechen für Milliarden und, äh, irgendwie ihren eigenen Hut essen müssen. Und, äh, und diese Einigung eingehen müssen, wenn sie nicht den Zeitdruck gespürt hätten, dass nächstes Jahr ein, ein, ein iPhone, ein 2020 ohne iPhone 5G wäre einfach sehr, einfach extrem schlecht aus. Kannst du, sie würden das so machen wie, wie Samsung, dass sie sagen, wir haben ein iPhone 4G, was, was den alten, älteren Funkstandard unterstützt und wir haben gegen Aufpreis das iPhone 5G, was, ähm, den anderen Chip drin hat? Ich weiß es nicht, da, da ist wahrscheinlich die, tatsächlich die Frage, also es wäre für Apple ja sehr untypisch, ähm, zumindest bis zu einem gewissen Grad, weil sie ja bis jetzt eigentlich kaum sich auf solche Einzelsachen eingelassen haben, aber ich meine, sie machen natürlich schon auch unterschiedliche iPhones für unterschiedliche Regionen und so Einzel-iPhones hatten wir ja auch mal im Laufe der Zeit für, für den US-Markt, ähm, also insofern, äh, würde ich es nicht ganz ausschließen, dass es irgendwie, dass es aufgeteilt wird und natürlich, wenn 5G halt in, 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 irgendwie 90 Prozent der Märkten keinen, auch 2020 noch keinen Sinn ergibt, dann werden sie sich das da irgendwas anderes natürlich ausdenken oder, oder entsprechend die Modelle halt aufteilen. Aber für die USA muss dieses, muss dieses Modell kommen nächstes Jahr, sag ich meine. Das ist lustig, das ist eine gute Perspektive, also finde ich, finde ich gut, weil ich glaube, ich dir mit dem Marketing, das stimme ich dir durchaus zu und ich glaube auch, die Gerüchte deuten in die Ecke, ne, also Jomberg hat, ähm, einiges geschrieben dazu und so weiter, ähm, also nur, nur um das nochmal kurz festzuhalten, ich glaube, Tim und ich, wir haben das in der Sendung besprochen, also 2021 ist sozusagen die Frage, entweder 2020, 2021, ähm, ich, äh, ich, äh, ich bin auch, äh, sehr gespannt, auf die Entscheidung, weil, ähm, weil ich kann mir, also, ne, ich, ich, ich hab das Gefühl, 2020, äh, ist ein Druck da, äh, mit einem 5G-Telefon am Start sein zu müssen und ich glaube, ganz sicher, dass da noch keine Infrastruktur, ähm, weitgehend, weitgehend liegt, ähm, beziehungsweise einfach auch Tarife verfügbar sind, die das irgendwo abbilden. Also, das, das 5G-Modell von dem Samsung, ähm, Smartphone, das fliegt ihnen ja irgendwie um die Ohren, das kommt ja auch irgendwie erst später im Jahr noch und, ähm, also, ich, ich glaube beides, ich glaube, dass, dass Druck besteht und ich glaube trotzdem, dass 2020, ähm, ja, von der technischen Perspektive zu früh ist und deswegen ist es eigentlich spannend, was Apple macht. Ich kann mir nämlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie ein Flaggschiff-Modell, äh, auf den Markt bringen, das nicht diese neue Technik hat, sondern ein separates Modell, das, äh, das, äh, halte ich für verwirrend, also, wenn du ein, ein Flaggschiff, ähm, iPhone 10, irgendwas, keine Ahnung, ähm, ähm, bringst, dann, dann wird auch dieses, äh, dieses, dieses High-End-Modell, muss diesen, diesen neuesten Standard sprechen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, aber wie gesagt, also, 2021 halte ich für weiter aus realistischer, aus technischer Perspektive und bei Marketing, da kann sich natürlich noch einiges tun, ähm, aber auf dem Moment sind wir auf dem Weg dahin, dass, dass, ja, 2020 so, also, erscheint mir so, dass, dass, dass den richtigen Nerv der Zeit dann treffen würde, aber ich glaube, technisch sind wir dann auch weiter entfernt. Ja, ich lasse das Argument mit dem 5G-E gelten. Wenn sie das reinlassen, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so weit, aber wahrscheinlich ist es auch, äh, überflüssiger Ballast, den man da mit dem Telefon rumträgt, weil es einfach noch kein Netz geben. Für andere Sachen sind die, sind die iPhones so langlebig, dass, dass das irgendwann dann sinnvoll wird. Das, das sind halt alles Sachen, die da halt auf, genau, die halt dann einfach mit rein spielen, dass du da auf mehrere Jahre praktisch denken musst und das, das iPhone, was 2020 kommt, ist ja praktisch das Gerät für 2021. Also, ähm, das, das, das macht's halt sehr schwer, weil sie dann praktisch das, also, das Komplette, äh, das Komplette nicht, aber einen Großteil des Jahres 2021 halt kein 5G-Modell hätten und dann 2021 bewegen wir uns, glaube ich, schon in einem Bereich, wo wir zumindest, also, ich meine, weiß nicht, Deutschland irgendwie super 5G bis 2021 haben, wer weiß, aber ich glaube, in den USA, ich meine, das reicht ja, dass, wenn, wenn jetzt irgendwie die Metropolen halt abgedeckt sind, das gibt ja ein Riesendrama, da reicht ja einfach die Technikpresse, die, 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 die laufen ja amok, wenn du, wenn kein 5G-Ding da ist, wenn du halt, weil du halt irgendwie in New York an drei Stellen halt super 5G-Abdeckung hast, also, das, das reicht dann aus, um ein solches Drama zu produzieren, was vielleicht unterm Strich dann natürlich völlig egal ist und es stimmt natürlich, dass sich Apple in der Vergangenheit nicht sonderlich, also, nicht sonderlich aus dem Fenster gelehnt hat, was jetzt die Unterstützung von neuen Mobilfunkstandards angeht, aber sie haben es auch nicht super rausgezögert, also, ich meine, UMTS kam dann auch, ja, kam ja ein Jahr drauf und LTE war auch so, dass sie die, jetzt mal die erste Chip-Generation ausgelassen haben und dann dabei ein Jahr später dann da waren und da gab es natürlich auch, da waren wir in Deutschland auch, da, damals wurde, es gab ja das ein, was war es, iPhone 5 war es, glaube ich, das ja nur die eine Telekom-Frequenz unterstützt hat und damit auch in Deutschland ja zum Beispiel sehr eingeschränkt war, bis sie dann ein LTE-iPhone auf dem Markt hatten in Europa, was auch in Deutschland in den verschiedenen LTE-Netzen einfach unterwegs war. Das stimmt natürlich schon, dass sich das alles durchaus etwas länger hingezogen hat, aber zum Beispiel auch da, ich meine, also da, zumindest da bei der Telekom wollten sie dann schon auch, also also LTE, die, diese Schritte sind einfach, wenn die, wenn die, wenn die einfach auch in den, in den Köpfen halt von der, von einem breiten Publikum ankommen und, und schneller, besser und ich meine, 5G wird einfach, wird noch härter sein, das zu verkaufen, weil LTE, wenn LTE da ist und, und, und sauber funktioniert, dann bringt dir das eigentlich fast alles, was, also ich meine, was mehr, also ich meine, wir haben natürlich diese ganze Streaming-Komponente halt, die jetzt in den letzten Jahren dann verstärkt zugenommen hat und abgesehen von Stream-on und so weiter, aber die Idee, dass du halt einfach mit deinem Telefon halt einfach in einem 1A-Qualität halt Videostreaming und sei es Netflix oder irgendwas anderes, Sky-Ticket-Fußball schauen kannst, ähm, diese Idee, ähm, dafür brauchst du kein 5G, also was ist, was ist, was ist, was ist das Konzept, was du mit 5G verkaufst und da bin ich sehr gespannt, was da, was dafür aufgefahren ist. Ich also, ja, Alex. Nee, ich war schockiert, weil mein, mein Vater war da und der sagte, dieses 5G-iPhone muss kommen. Und ich so, na was? So, weißt du, kark, also, verwirrende Geschichten. Liebe Grüße und so weiter, aber, aber, weißt du, der hatte keine Ahnung von der Technik und der, auch der war überzeugt davon, dieses 5G-Modell muss kommen. Das ist lustig, okay. Also, ne, das widerspricht halt komplett meinem Argument, dass dieses Marketing, ähm, also es ist vielleicht doch ein entscheidender Punkt. Ich hab, äh, jetzt gerade über, über Finnland, ähm, hier Pressemitteilungen bekommen, dass DNA, das ist so ein Mobilfunkanbieter hier, dass die, die haben so ein Test, äh, 5G-Netzwerk, auch mit, äh, realen Kunden, ähm, äh, dass die jetzt auf die richtige Frequenz, also die offizielle Frequenz gewechselt sind, dass es irgendwo so Region Flughafen, ähm, weiß nicht, irgendwas über, irgendeine zweistellige tausender Kunden, äh, Anzahl von Kunden, die das jetzt nutzen. Ähm, also wir sind jetzt auch irgendwie auf dem, also wir sind mit einem halben Bein in so einem Testmarkt drinnen. Ähm, ich, über den, wie das zeitlich sich weiter staffelt, ich hab keine Ahnung, aber, ähm, es, es wird getestet, die Frage ist dann wirklich, ähm, äh, also wie du es verkaufst, ist halt so ein Hand-und-Ei-Problem, weil das 5G wird halt echt, wie Leo schon sagt, also LTE ist schnell genug, äh, die Geschwindigkeit ist es halt eigentlich nicht, die es verkauft, sondern, ähm, die 5G-Applikationen, die dann möglich werden, das ist eigentlich das eigentliche Argument für 5G, aber die kennt halt noch keiner, weil die auch noch nicht entwickelt sind. Und, ähm, es müssen die Geräte kommen, dann müsste es, das Netz muss kommen, die Geräte müssen kommen und dann müssen die Applikationen für diese 5G, äh, Geschwindigkeiten, beziehungsweise auch diesen, diesen latenzfreien, äh, Verbindungen und so weiter erst hergestellt werden. Und das ist halt ein sehr zeitintensiver, ähm, zeitintensives Unterfangen. Es kommt ja immer in die Diskussion kommt, dass die selbstfahrenden Autos rein, die angeblich 5G bräuchten. Also zum einen nein, und zum anderen, was da mitunter gemeint sein könnte, ist, was sich die Industrie vorstellt, getrieben von Huawei und den Autoherstellern, dass also die Autos untereinander auch 5G sprechen können und das Auto vorne kann sagen, oh, ich mache eine Notbremsung und die hinten bremsen, schon los. Sagt die EU, ne, nimm mal WiFi dafür. Und sagt Huawei, oh, ist aber schlecht. Also das ist, äh, da gibt's auch andere technische Vorgaben, die da möglicherweise reinspielen, dass wir vielleicht doch kein 5G an den Autobahnen ausbauen müssen, weil die Autos ja miteinander WiFi sprechen können und sagen, oh, ich habe eine Notbremsung gemacht. Das ist dann vielleicht auch, dann gibt's noch die politische Diskussion in Deutschland, so bauen wir jetzt in den Ballungszentren 5G aus, die Leute, die jetzt die, die Firmen, die die Frequenzauktion gewinnen werden, müssen die jetzt in der Stadt ausbauen, an den Zugstrecken, an den Autobahnen oder an den Bauernhöfen. Wer zwingt die dazu? Ist das dann sinnvoll? Keine Ahnung. Weiß niemand. Werden wir dann sehen. Ja. Ja. Ja.